Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren. Es gibt Infos bzw. News zu Rainbow Six Siege, die ich einmal mit euch zusammen im YouTube-Video besprechen möchte. Wir gehen rein in die Anmerkungen der Spieldesigner, heißt es auf Deutsch. Also eine kleine Message, die von den Devs an uns rausgeschickt wurde, um zu zeigen, was in den nächsten Wochen an Änderungen kommen kann. Diese Änderungen werden erstmal auf dem Test-Server ausprobiert und werden dann gegebenenfalls auf dem Live-Bild aufgespielt. Ich persönlich finde das immer eine ganz interessante Geschichte, sich die ganzen Sachen hier anzugucken, weil man merkt, wie auch Änderungen in den letzten Wochen und Monaten sich auf das Spiel bzw. auf einzelne Operator ausführen. Das ist das Erste, was wir auch sehen. Und zwar ist das die Balancing-Matrix, eine Matrix, in der hier unten auf der X-Achse quasi die Erscheinungswahrscheinlichkeit von einem Operator dargestellt wird. Das heißt, wie oft jemand gepickt wird. Und dann auf der linken Seite die Win-Delta in Prozent. Das heißt, die Win-Rate, die so ein Operator hat. Und da gibt es ein paar Sachen, die sind relativ interessant. Zum einen schauen wir uns erstmal Yana an. Yana hat hier gerade eine der höchsten oder beziehungsweise ist overpicked auf jeden Fall und zu strong. Das heißt, in fast 60% der Games ist die Yana zu finden. Und die Yana ist ein Operator, der vor kurzem erst einen Nerf bekommen hat. Man hat ihr nämlich einfach Visiere weggenommen. Man versucht ihr in Siege so ein kleines bisschen hier und da definitiv Operator auch über die Sides zu balancen. Das funktioniert auch sehr gut. Wenn du möchtest, dass ein Operator weniger gepickt wird, beziehungsweise schwächer wird, dann nimmst du ihm einfach sein heftiges Zweimalvisier, sein Acock weg oder ähnliches. Und dann wird er in der Regel etwas schwächer beziehungsweise weniger gepickt. Vor allem für die Operator in der Defense fand das sehr gut funktioniert. Bei Yana hat man das versucht, aber nicht funktioniert. Wir reden hier übrigens über die Ranked-PC-Spieler, Platin oder drüber. Das heißt, hier wird Yana immer noch sehr viel gespielt. Auch Twitch ist immer noch da oben, obwohl Twitch in den letzten Monaten beziehungsweise Jahren Nerf nach Nerf bekommen hat. Hier ist vielleicht zu erwähnen, dass ihre Twitch-Drohne ein kleines bisschen stronger ist, eben weil sie jetzt auch springen kann. Ansonsten ist es Operator-technisch, so wie wir das eigentlich gewohnt sind. Das Mittelfeld ist ein bisschen enger beieinander. Ich finde es schön, wie sich Ace, Jackal und so weiter da eingefunden haben. Thatcher natürlich auch eine sehr hohe Pick-Rate, wenn er nicht gebannt ist. Dazu kommen wir aber gleich. Also bei Yana ganz interessant eigentlich. Was kann man jetzt tun, um Yana eventuell da ein bisschen runterzunehmen? Yana hat an Popularität gewonnen zu dem Zeitpunkt, als man ihr das Gon-6 gegeben hat. Das heißt, man hat ihr ein Gadget gegeben, zusätzlich zu den zwei Granaten, mit der sie ADS-Burn kann, beziehungsweise Bulletproof-Gadgets zerstören kann. Und das hat sie da echt hoch katapultiert. Gerade als Solo-Queue-Operator sehr, sehr stark. Und man kann natürlich zusätzlich auch noch Aruni-Gates desablen, ohne eine Drohne oder Nates oder Gon-6 zu verschwenden. Auch das ist sehr strong. Ist einfach ein richtig guter Operator für die Solo-Queue. Deswegen wahrscheinlich auch die sehr hohe Pick-Rate. Und ich glaube, um Yana da runterzubringen, müsste man ihr einen Gon-6 wegnehmen oder die Nates. Ich hoffe, dass es nicht die Nates sind. Wobei ich selber Yana seit dem letzten Nerf mit den Visieren kaum noch spiele. Da bin ich eher zu Finka gegangen. Ansonsten auch noch relativ interessant ist die extrem hohe Win-Delta von Blitz. Und da gibt es, glaube ich, zwei unterschiedliche. Und auch bei Fuse, es gibt da, glaube ich, zwei Gründe für. Also es wird gerade diskutiert und ich möchte ja nicht einen von beiden Punkten irgendwie hervorheben. Beides ist theoretisch möglich. Einmal das Argument, dass Cheater eventuell hier der Grund sein könnten, warum Blitz so hoch gepickt ist. Man kennt den hipfeiernden, one-tappenden Blitz. Weiß ich nicht, ob das dazu führt, dass die Win-Rate da so krass explodiert. Natürlich sehen wir in der letzten Season einen Anstieg an Cheatern, leider. Und das könnte definitiv der Fall sein. Was ich eher glaube, ist die Tatsache, dass man einen Blitz... Also Blitz ist einfach einer der schlechtesten Operator im Game. Es sei denn, du spielst für Dark Zero und heist mit. Aber grundsätzlich ist das einfach einer der schlechtesten Operator, die in diesem Game halt einfach existieren. Du kannst dich nicht wehren. Schilde wurden totgenervt und so weiter. Aber wenn du dein gegnerisches Team absolut dominierst, dann pickst du einen Blitz rein. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier der Grund ist, dass man halt eben einen Blitz nur dann pickt, wenn man sowieso weiß, dass man die Runde gewinnt, weil man einfach klar das bessere Team ist. Man versucht ein bisschen reinzutrollen. Und auch hier sehe ich den Grund, warum Fuse da so viel gepickt wird. Gehen wir mal ein kleines bisschen weiter nach unten und schauen uns einfach genau dasselbe einmal für die Defender an. Hier ist das Ganze ein ganz kleines bisschen mehr zusammengeführt. Was ich ganz interessant finde, ist die Tatsache, dass wir Jäger natürlich seit einigen Seasons da ein bisschen runtergekommen ist. Der war off-chart normalerweise, also 100% Pickrate wahrscheinlich, also an die 100%. Hier sehen wir natürlich gleich den letzten Nerves, Recoil, Side Changes, Changes zum Gadget und so weiter. Absolut, dass Jäger deutlich weniger gespielt wird. Ist aber ungefähr da, wo er letzte Season auch war. Ansonsten sehen wir Thorn. Wird super viel gepickt und ist auch sehr stark. Starke Waffe. Gadget ist auch eigentlich relativ strong. Ist ein guter Ranked Operator. Mal sehen, wie sie sich in den Competitive Pool mit reinbringt. Aber grundsätzlich erstmal definitiv interessant zu schauen, wie die neuen Operator anstatt kommen. Und Thorn performt sehr gut hier in dieser Runde. Auch Thunderbird ist hier oben mit dabei. Natürlich beides Operator, die man in der Solo-Queue auch sehr gut picken kann. Beides so ein bisschen, ja, Set and Forgive Gadget sagt man ja. Also man packt das irgendwo hin und dann kann man in der Runde machen, was man möchte. Ansonsten in der Defense eher das Ganze so ein kleines bisschen zusammengerückt. Finde ich eigentlich ganz schön. Hier funktioniert das Balancing auf jeden Fall sehr gut, was Ubisoft in den letzten Monaten beziehungsweise Wochen so an den Start bringt. Und weitere Changes kommen dann natürlich. Wir schauen uns einmal Ella an, die natürlich ein bisschen unterpickt und zu strong ist. Beziehungsweise overpickt und es also genau gut gepickt wird, aber halt einfach ein kleines bisschen zu stark ist. So, gehen wir mal hier runter. Ban-Rate, Top-Ten-Attack-Operators. Bitte, bitte reworkt einfach, ähm, Thatcher. Ich finde, gerade für einen Competitive-Play sind die Bans so predictable geworden. Thatcher ist aus gutem Grund ein fast Must-Ban. Die meisten Teams können um einen Thatcher-Ban herumspielen. Also gerade Forsake, also für den Competitive-Bereich, bitte, 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 bitte rework Thatcher. Macht irgendwas anderes mit diesem Gadget. Ansonsten, Jekyll, verständlich ist in Rank nicht so stark oder so geil dagegen zu spielen. Ansonsten finde ich interessant, wo sich Osa hier befindet. Osa ist ein starker Operator und auch viele Rank-Spieler haben das erkannt. Und sie wird am fünftmeistesten rausgebannt tatsächlich. Dann dasselbe einmal für die Defense. Hier haben wir Mira, Valkyrie, Kaid und Clash. Alles verständlich. Mir persönlich tut's weh. Ich hab's letztens im Stream gesagt, dass Kaid so viel gebannt wird. Ich spiele Kaid sehr gerne. Er ist aber unfassbar stark. Und gerade diese Claws sind natürlich durch mit wenig Kommunikation gar nicht so gut auseinanderzunehmen. Also da verstehen wir natürlich, warum man den einfach rausnimmt. Weil da hat man dieses Problem nicht. Mute und Bandit sind natürlich deutlich einfacher, mit dem umzugehen, als mit einem Kaid. Da braucht's doch ein bisschen mehr Koordination, um diese Clore eventuell rauszubringen. Beziehungsweise man muss mehr drohen. Valkyrie super stark. Mal gespannt, wie sich die Bannrate, beziehungsweise auch die Pick- und Wind-Delta verändert, wenn dann der Change endlich mit den Outside-Camps kommt. Valkyrie wird ja gerne im Rang dazu benutzt, ein bisschen aggressiver nach vorne zu spielen. Und Mira aus guten Gründen auf vielen Sides sehr stark und deswegen sehr oft rausgebannt. So, kommen wir einmal. Es gibt einen kleinen Hinweis zum Six Invitational. Es werden gar nicht so viele Veränderungen vorgenommen, die ich euch jetzt zeigen möchte. Das liegt einmal natürlich am Six Invitational 2022. Wird Anfang Februar stattfinden. Und da muss man ganz ehrlich sagen, natürlich möchte man vor so einem großen Turnier nicht zu viele Changes raushauen, damit sich die Leute nicht zu krass auf neue Sachen einstellen müssen. Also das ist definitiv verständlich für die Pros, damit sie im Invitational so ein bisschen das spielen können, was sie auch eigentlich kennen. Kommen wir zum eigentlichen, ja, zum Operator-Balancing. Und das fällt hier sehr kurz aus, wie wir sehen. Aruni bekommt eine Mündungsbremse für die MK14. Und hier ist einfach der Grund, ihre Kontrahentin oder die Attackerin Dokabi, die dieselbe Waffe hat, hat hier drei Möglichkeiten. Man hat hier nicht so viel Variation rein, dazu gebracht, weil man eben Angst hatte, dass die MK14 eventuell in der Attack, das war die erste DMR, die zur Attack hinzugegeben wurde, vielleicht ein kleines bisschen zu strong wäre, da hatte man Angst. Deswegen hat man hier nicht so viele Möglichkeiten, die Laufaufsätze vorne gemacht. Und ja, man hat aber gemerkt, dass es eigentlich relativ gut gebalanced ist. Die meisten spielen ja sowieso die andere Waffe. Und deswegen hat man gesagt, okay, hier möchte man den Spielern so ein kleines bisschen Variation geben, damit die eben sich aussuchen können, was sie wollen. Hier geht es einfach nur darum, dass man halt eben in Recoil so ein kleines bisschen seinem persönlichen Bedürfen anpassen kann. So, schauen wir einmal auf den nächsten Change und das wäre Ella. Und das ist ein Change, meine Damen und Herren, wo sich sehr, sehr viele Leute, gerade Pro Player, darüber freuen würden, aber auch die höheren Ränge natürlich. Und zwar geht es hier um die FO12 von Ella, eine sehr starke Shotgun, die eine sehr hohe Fire Rate hat, relativ hohen Damage und auch zusätzlich einen verlängerten Lauf hat. Und genau diese Sachen werden angegangen. Man reduziert hier den Damage auf 25, von 35, beziehungsweise der Schadensmodifikator für den verlängerten Lauf wurde reduziert. Das heißt, dass man einfach mit dem längeren Lauf auf lange Distanz dann doch trotzdem weniger Schaden macht. Dieser Versuch soll ja auf längere Distanz den Schaden erhöhen, beziehungsweise oben halten. Es hat sich herausgestellt, dass Ella gerade mit ihren Traps in Kombination mit der Shotgun gewisse Power Positions, nehmen wir zum Beispiel Blue Stairs auf Bank, sehr gut halten kann. Und das ist einfach super strong und frustrierend dagegen zu spielen. Und deshalb möchte man hier Ella einmal anpassen. Gehen wir einmal an das Geschwisterpaar. Ella hatten wir ja gerade schon mal. Sophia zusätzlich ebenfalls auch noch einen kleinen Nerf bekommen, und zwar die Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit durch die Schütterungseffekte. Der Grismod Mind und das KS-79 wurde entfernt. Hier geht es einfach darum, dass man dieses Gadget ja grundsätzlich schon mal ein bisschen, oder die Ella Trap an sich, beziehungsweise auch den KS-79 Werfer so ein kleines bisschen angepasst hat. Also erstmal hat man diese Effekte sowieso aneinander angepasst, und jetzt möchte man auch die Reduktion der Bewegungsgeschwindigkeit dann auch noch ein bisschen reduzieren. Es ist einfach nur mal ein sehr starkes Gadget, und ich glaube, man möchte hier Ella vor allem so ein kleines bisschen anpassen an den neuen Operator Thorn, der ja zwar ein ähnliches Gadget hat, aber das viel leichter zu outplayen ist. Und man möchte einfach nicht, dass es so frustrierend ist, dass du irgendwo reingehst, du wirst die Ella Trapped, kannst dich nicht so schnell bewegen, dann piekt jemand. Also du sollst immer noch in der Lage sein, natürlich durch ein Gadget oder beziehungsweise dich zu wehren, wenn du in ein Gadget reinläufst, und das versucht man hier irgendwie auf die Kette zu bekommen. Finde ich persönlich einen guten Change. Mal sehen, wie sich das Ganze einarbeitet ins Game. Grundsätzlich sollte die Ella Mine eher ein akustisches Signal sein, okay, da kommt jemand gerade irgendwo rein, vielleicht ein bisschen die Vision verändern, aber es sollte nicht zu punishing sein, wenn man da reinrennt, weil die Dinger sind dann doch manchmal auch an ziemlich miesen Stellen platziert. Finde ich einen persönlich guten Change. Gut, das wären dann tatsächlich schon alle Changes. Wie gesagt, durch das Invitational 2022 gibt es hier ein kleines bisschen weniger Changes, wie wir das normalerweise gewohnt sind, aber dennoch finde ich ein paar interessante Sachen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von den ganzen Changes haltet. Ich möchte mich an der Stelle natürlich bei euch bedanken, einmal fürs Zuschauen, wenn es euch das ganze Video geschafft hat. Lasst mich das gerne auch unten in den Kommentaren lassen, lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne auch einen Like. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.